Meine Verbindung zu Basel ist, dass ich immer in Basel beheimatet war. Ich bin hier geboren, habe immer dort gelebt, habe meine Familie und meine Freunde hier. Und obwohl mein Arbeitsort eigentlich, oder wenn ich spiele und auf Tour bin, meistens auswärts ist, habe ich immer in Basel gewohnt. Und das sind meine Wurzeln hier in Basel. Es ist eine Stadt, in der ich fast an jedem Ecke schon etwas erlebt habe, dass ich etwas zugetragen habe. Und von daher ist es wirklich gefüllt mit meiner eigenen Geschichte. Basel hat eigentlich, aufgleich zu seiner Grösse, unglaublichen Reichtum an kulturellen Veranstaltungen. Ich finde, das ist etwas, was Basel ausgezeichnet. Und natürlich wäre aus meiner Sicht Basel sehr viel ärmer ohne diese Veranstaltungen, das ist klar.